Her und Willkommen auf meinem Kanal, Marcel Gaffes. Wir spielen hier irgendein random Kochspiel, weil ich jetzt ehrlich gesagt meinen Namen nicht gemerkt habe, aber egal, ich sage mir, wir gehen ins Game rein. Singleplayer. Normal, Replay, wollen wir einfach mal lassen. Ich habe keine Ahnung, das will ich zum ersten Mal. Hallo? Spiel? Ah, uff, ich sollte vielleicht auch nicht mehr vorauswählen. Das wären ja die Pennis Burger Bar. Weil ich falsch schicken. Eigentlich müssten sie diesen Satz hier, von dem her völlig Pizza, eigentlich ändern. Dadurch, dass gerade der geile Film draußen ist, doch ich habe, oh ja, was soll ich jetzt machen? Nein, ich weiß. Was wollen die, warum nicht? Was geht's? Hallo, es gibt, das kann ich nicht, was ich tun. Hallo, da. Cheeseburger, wie mache ich? Cheeseburger, äh. Nee, Cheeseburger. Burger, Burger, Punch, Kugels. Aha, okay. Äh. Nein. Hallo? Oder muss ich es jetzt schneiden? Hallo? Äh. Äh. Hallo? Wie geblieben. Ähm. Aha, okay. Jetzt noch mal eine andere Frage. Digga. Uuuh. Ups. Ähm. Hat keiner gesehen. Ach, hoch damit. Späcken. Wann mal ein anderer, warum habe ich hier seinen flachen Ranzenbauch? Wann mal, das? Und lösch. Lösch den Scheiß. Oh. Meine Frau. Äh. Schmeißen. Wuii. Wuii. Wuuuuh. 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 Das kriege ich mich noch. Was finde ich eigentlich noch? Oh, äh. Okay. Öffnen. Öffnen. Ich werde nicht öffnen. Ich gebe meine Damen. Hamburger. Wie geht's da hin? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal. So, mach da zu. Hallo, mach da zu. Ja. Keiner gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so appetitlich gerade ist. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber egal. Hallo. Huah. Uuuuuh. Uuuuh. Ich bin jetzt übelst. Weitschis-Training. um Aron Uhr Basketballer vielleicht Paul und auch das Heim ein Stück was wollten sie an den langen eis mit ich fühle mich hier verarscht hallo hier blieben dankeschön was soll das jetzt für eine fucking Ich bin sehr großartig. Hallo! ja es wird zu viel für die vereinigten nationen damit so wie immer ob ich aber keine strengste mitte wünschen mehr nein bringt mir wahre von schoko BABABABABAM Tio! Ja! Hallo! Ja! Die ist einfach rein da geworden Hoooo Hopp Nächste Schokolade Nein, ist einfach Hoooo Schokolade Alles So Erdpär und Schokolade Erdpär und Schokolade Haben wir das schon mal gegessen? Ne Erdpär und Schokolade ist nicht richtig Wie eine richtig Ähm Wenn man Zitrone und Erdbeer mischt So als Eis Boah, ich finde das ist so Mh Erdpär 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 also hausst du bist du kauf für ein strawberry nicht gesehen du kriegst noch ein eis dann habe ich ihn gebeten darum das ist mit dir kriegte so soll ich da hinten noch liegen oh noch mehr höchstens kann meine wahre ausfangen wieder nicht gastronom ja halt die fresse ich will nix und hier wird keine eine blöde frage mal so gut ja auch mal probieren hier in dem game so warte mal ja ich schaffe es doch da hoch hallo mein name ist patrick ja wieso schaut das teil in dem schatten richtig falsch aus so richtig falsch wenn ich so mache so richtig staatssicherheit bitte an einer schwarze kurzgehend auf eine körper der nation ja das reicht nicht weg ja scheiße ernst willi seid doch immer da oh gibt dir eine zeitansage wie lange ich Zeit hab ja hallo willst du mir nicht die hand schütteln hallo oh ja sie haben einen guten körper bei euch oh ja ihr gesicht ist auch schön warm ja ja dein auch ja du dein auch dich alle stehen so und die stehen so hallo nein sie ist auch schön warm dein auch sie sind aber kalt da oben ja dein auch warm dein auch dein auch mal schauen alle so schon so fast alle gleich aus so ja er ist ja noch hallo er ist hallo ja ja man hat auch schon ihr gesicht zu machen hier ja ja oh ja oh oh ho aber die einsache wird jetzt ganz falsch kommen wenn ich jetzt so machen ich ach das sind die ganz kritischen dinge in den games hier wie sind das also blu-ray mhm mhm blueberry eyes mhm bis dann ich mach auch dann wieder mal ab was kann ich denn da kann ich auch irgendwas anderes kaufen was dich feist warte mal eine ganz blöde frage ich will aber rein ich will da rein hallo lassen sie mich dafür einfach in diesen Teil da rein in diese box ich könnte sich nicht immer wieder in diese box kommen jetzt können ich kann Spoilerschläge warmes Gesicht ja 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 sie sind alle warm ja ja gut und warmes Gesicht ich will sagen weil ich weiß sich niemand bald was nächsten verkündigen wird ich sagen gibt es noch eins umsonst für alle ihr und jetzt verabschiedet mich ich würde wieder gehen bis dann wir sehen uns dann beim neuen video ok wieder nebenbei abonniert mich noch ja ihr alle abonniert mich sowohl bis bald bis dann